Guten Morgen, heute machen wir einen Ausflug mit dem, was machen wir? Black Coffee. Nein, ja, nein. Was machen wir, Milan, heute? Er ist so schmuckig, ey. Er liebt seinen Vater einfach. Er will nur an die Sachen ran. Ja, er will meine Mütze nach mir. Kean. Kean, Wille. Er ist trotzdem. Das war's. 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 Damit heute Sonntag ist, ist immer der Türkisch. Da gehen wir jetzt kurz hin. Da meine Cousine ist dabei. Mein Vater läuft vorne und meine Mutter träk't ist mit denen aufpacken. Weil es viel zu warm ist. Weil wir doch ein Stückchen laufen müssen. Wir waren ja auf dieser Bootstour, die war richtig cool, die hatten richtig viel Spaß und die Kinder sind dementsprechend kaputt und deswegen machen wir jetzt mal einen Sprung hier und gehen einmal über den Bazar und gucken mal, was hier so abgeht und ja, ich gucke mal, ob ich euch ein bisschen was mitfilmen kann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.